Bonjour Berlin, heute mit Ann-Kathrin Müller vom Spiegel. Guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen. Ja, Frau Müller, die Debatte über die sogenannten Fake News ist in vollem Gange. Es gibt schon Politiker, die fordern Gesetzesverschärfungen. Wie stellt sich dieser Problemzusammenhang aus Sicht der Spiegel-Redakteurin dar? Also erstmal kann man sagen, wir haben auf jeden Fall ein Problem. Und man kann auch davon ausgehen, dass das die politische Diskussion jetzt schon und dann auch den Bundestagswahlkampf verändern wird. Und es ist natürlich die Frage, was kann man dagegen machen? Und es ist ja gut zu überlegen, kann man da eben rechtlich etwas verschärfen? Oder ist es nicht einfach so, dass wir da gegen Mühlen kämpfen, die wir so gar nicht besiegen können, weil eben viele dieser Fake News von Accounts gesteuert werden, die wir gar nicht verfolgen können und die auch die Polizei leider nicht verfolgen kann. Insofern ist die Frage, ob ein Straftatbestand da wirklich helfen könnte. Ja, vielleicht sollte man nochmal sich Erinnerung rufen, welche Straftatbestände denn heute schon existieren. Er will sagen, es gibt ja heute schon die Möglichkeit für Betroffene, sich dagegen zu wehren. Man kann zum Beispiel gegen beleidigende Äußerungen, jetzt in dem Fall im Netz, vorgehen. Es gibt den Straftatbestand der Nachrede, der üble Nachrede. Auch dagegen kann man vorgehen. Man kann sich auch gegen Verleumdung wehren. Also da gibt es eine ganze Palette. Wäre es nicht das Beste, wenn die Öffentlichkeit, vor allem wenn wir Medien sagen würden, Fakten, 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 ist das richtige Instrumentarium, um dagegen vorzugehen? Fakten, 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 ist immer gut, auch wenn es ein Fokusspruch ist und kein Spiegelspruch. Aber das Problem ist so ein bisschen, es gibt ja viele Menschen, die sich wehren wollen. Und es gibt auch, auch ich kriege Zuschriften, die ich dann an die Rechtsabteilung weiterleite, weil ich sage, es gibt so eine bestimmte Grenze, das kann man aushalten, aber irgendwann ist auch genug. Nur leider kriegt man dann oft die Rückmeldung von den Behörden, dass man das eben nicht verfolgen kann. Oder eben, wenn man etwas bei Facebook meldet, dass man eben sagt, nein, das ist noch von Meinungsäußerung gedeckt. Und eben, wie ich gerade schon sagte, man findet die Urheber dieser Sätze und Hassmails und Fake News überhaupt nicht. Das heißt, es geht nicht nur um Fakten, 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 die man gegensetzt, weil eben nicht mehr alle Menschen direkt dem glauben, was wir Medien schreiben, sondern man muss auch, glaube ich, Bildung betreiben, also wirklich Medienkompetenz den Leuten näher bringen. Nun gibt es eine interessante Forderung von Lars Klingbeil, dem SPD-Netzbeauftragten. Er sagt, so ein Konzern wie Facebook solle mehr, Zitat, mehr journalistische Kompetenz bilden und einstellen, um damit gegen Falschmeldungen im Netz vorzugehen. Finden Sie das einen überlegenswerten Gedankengang? Es ist auf jeden Fall überlegenswert zu gucken, was kann Facebook selber tun. Ich glaube, es ist nicht damit gemacht, dass ein Unternehmen jetzt Medienkompetenz alleine hat. Ich glaube, das muss eine Rolle spielen in Schulen, aber auch für jetzt Erwachsene noch. Es gibt eben Seiten im Internet, die falsche Nachrichten rausfiltern, Mimikama zum Beispiel. Da kann man sehr schnell herausfinden, ist es jetzt wahr oder nicht. Man muss einfach überlegen, wenn viele Rechtschreibfehler, wie in diesem Zitat bei Frau Oesus waren, dass sie angeblich eine Integrationssteuer will, sollte man das vielleicht mal hinterfragen. Also man muss einfach darüber reden, wir müssen darüber berichten, dass es dieses Phänomen gibt. Und dann, glaube ich, gibt es Möglichkeiten, dass wir zumindest in ein paar Jahren, das dauert so ein Prozess, da eine bessere Lage haben. Nur wird die politische Auseinandersetzung mit Blick auf den Wahlkampf vermutlich sich verschärfen. Wir haben ja das Beispiel der USA gesehen. Nun gibt es ja Politiker der Parteien in Berlin, die sagen, lasst uns einen Pakt schließen und auf bestimmte Instrumentarien verzichten. Worauf wollen die denn verzichten? Also es gibt ja diese sogenannten Social Bots. Das sind so Programme, also Social Bots von Roboter quasi, die bei Twitter etwa massenhaft Tweets verbreiten, die Nachrichten verbreiten, die sich darum bemühen, bestimmte Dinge in eine bestimmte Richtung zu drehen, die auch ganz viel liken und ähnliches. Und die kann man für relativ wenig Geld, kann man tausende solcher Accounts kaufen. Und da sagen die Parteien, bis auf die AfD, die weiß noch nicht so recht, was sie machen will. Im Spiegel sagte Frau Weidel einmal, natürlich werden wir das einsetzen. Sagen die anderen Parteien, nein, das wollen wir nicht in unserem Bundestagswahlkampf. Gut, das wäre ja vielleicht ein interessanter Deal, wenn sich dann auch die AfD dazu bereit erklären würde, diese Abmachung, wenn sie denn zustande kommt, zu unterschreiben. Frau Müller, schauen wir noch auf die Atmosphäre in diesen Weihnachts-, vorweihnachtlichen Tagen in Berlin. Es ist ja die letzte Sitzungswoche, die stattfindet in dieser Woche, letzte Kabinettssitzung heute. Da gibt es umso schwierige Themen wie Länderfinanzausgleich. Wie würden Sie, jetzt mal abgesehen von dem, was wir gerade besprochen haben, die Situation in Berlin beschreiben? Es ist sozusagen ja mutmaßlich die letzte Legislaturperiode oder möglicherweise letzte Legislaturperiode, Weihnachtsperiode der Großen Koalition. Wird dann auch viel gearbeitet oder ist jetzt schon alles auf Wahlkampf programmiert? Es wird noch ein bisschen gearbeitet, aber man merkt auch, die Leute freuen sich auf eine kleine Pause, ob sie die so richtig kriegen. In den letzten Jahren war auch in den Weihnachtspausen und Sommerpausen immer viel los, eben auch durch internationale Ereignisse. Und heute im Kabinett wird noch so einiges beschlossen, ein paar Berichte rausgegeben. Und dann ist noch die letzte Woche im Bundestag gerade. Und dann freuen sich, glaube ich, alle auf ein paar Tage Ruhe, wenn sie sie denn bekommen. Ja, hoffentlich hat die Politik auch ein bisschen Zeit für Besinnlichkeit und Sie auch. Das war Ann-Kathrin Müller vom Spiegel in Bonn-Jobelin. Vielen Dank und einen schönen Tag noch in die Hauptstadt. Danke. Tschüss.